Hey, das bin ja ich. Willkommen zurück, let's play Dirt of Cerberus. Endlich ist es soweit, ihr habt lang genug gewartet. Und wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Ich versuche es jetzt... Nein, ich will nicht dahin zurück. Ich habe ein bisschen rumgespielt und habe mir jetzt Maus und Tastatur angelegt. Weil ich glaube, dass ich damit ein bisschen besser klarkomme als mit dem alten Playstation 2 Controller. Und ich finde die Steuerung ist hier noch nicht so ganz ausgereift. Deswegen, ja, sieht man jetzt endlich mal ein bisschen mehr hier. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ah ja, genau, das war die Sache. Ihh. Ähm, okay, die Steuerung mit Maus und Tastatur ist auch nicht so eine Bombe. Aber wir müssen ja da oben hin. Gut. Ähm, lang Rede, kurzer Sinn. Geht's. Das Schöne ist, dass ich mit so einer Steuerung ansatzweise vertraut bin. Weil ja glücklicherweise so Spiele wie, äh, Vindictus zum Beispiel die gleiche Steuerung haben wollen. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo fange ich mich denn? So. Ah, da ist doch schon ein Viech. Ja. Ich sollte natürlich das Ziel nicht verlieren. Gut, ein bisschen Auto... Ähm. Achso. Ich hab... Mist. Da fällt mir gerade ein, wie benutze ich eigentlich nochmal... Äh, wie benutze ich jetzt eigentlich mit der Tastatur... Äh... Items. Das hab ich natürlich total vergessen. Vorherige Direktauswahl... Springen... Nächste Direktwahl... Was ist das denn? Direktwahl. Aha. Okay. Ja. Ja. Äh, sollte ich natürlich... Achso, das war Maus. Ähm. Ich wollte ja Tastatur. So, Tastatur. Ähm. Direktwahl. Äh, 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 äh. Direktwahl nutzen. E. Okay. Direktwahl ändern. Kuh. Achso, ja, doch so einfach. Na denn. Ähm. Zick. High Potion. Rote Potion. Notration. Psyration. Phönixfeder. Potion. Da haben wir's doch. Genau, das wollte ich. Ähm. Gucken wir uns doch mal ganz kurz die Map ab. Wir sind ja gleich am Ziel. Diesmal mal ein bisschen hier im... Mehr oder weniger schnell durchlauf. Ah, da ist er. Genau, zu dem wollte ich natürlich. Ding, 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 ding. So, den hatten wir natürlich auch schon in der letzten Folge gesehen. Deswegen versuche ich den hier einfach mal zu überspringen. Pause und weiter. So, der gibt uns dann direkt eine Schlüsselkarte. Genau. Diese Schlüsselkarte brauche ich, um... Da hinten irgendwo. Ähm. Ah. So. Äh, durchzukommen. Munition. Jihau. Was hat man hier? Ach ja, die Potion. Die Potion. Ach, nutzen wir doch einfach mal. Zack. Dann haben wir auch gleich die nächste wieder eingesammelt. Umso besser. Wie... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich hier eigentlich nicht unten durch? Na gut, Pistolen... Wow. Pistolen-Munition, noch mehr Munition. Alles ist schön. So. Einmal kurz nachladen. Das geht jetzt hier wesentlich schneller und einfacher. Kurz auf die Map geguckt. Aha. Da ist der Weg, den ich eigentlich gesucht habe. Kleinen Moment mal. War da nicht irgendwo noch ein Weg, wo ich die Schlüsselkarte hätte eher nutzen können? Nö, anscheinend nicht. Dann einfach mal hier durch. Hä? X-Schlüsselkarte benutzen. Hier war nochmal X. Was ist denn hier nochmal X? Hallo? Na gut. Dann drücke ich einfach mal X. So. Der Controller ist ja auch noch da. Ähm. Oh nein. Nochmal X. So. Ist auch die Tür offen hier. Hier ist nix. Satz mit X. Das war wohl nix. So. Nochmal ne Potion. Die ich zur Zeit nicht brauche. Hydra. Hey. Hydra. Warum diese Gegenstand über. Wo umrüstet sind. Bla bla bla. Diese Luftwaffe erlaubt präzises ziehen. Auf größere Entfernung. Mhm. Ja. Ist natürlich cool, dass wir die jetzt ausgerüstet bekommen. So. Und dann wollen wir doch mal auf Hydra wechseln. Weil genau das brauchen wir doch jetzt eigentlich auch gleich. Äh. Was zum. Achso. Gut. Okay. Drei verschiedene Waffen habe ich zur Auswahl. Klick, 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 klick. Gewehrmunition. Aha. Okay. Ah ja. X drücken. Dick. Echt uncool. Kleinen Moment mal. Da werde ich doch nochmal ganz kurz einmal umrüsten. Ach ne. Ich bin ja auch ein bisschen doof. So. Hydra. Ähm. Darf. Kerberus. So. Dann machen wir hier die Hydra. Nicht Kerberus 2. Sondern Hydra. Mit. Äh. Mit. 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 Lauf lang. Äh. Scharfschützen. Wir sehen auch oben drauf. So. Das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Weil mit dem Mausrad kann ich jetzt hier ganz normal rumswitchen. Boom. Boom. Hey. Kann doch hier nicht einfach so. Na gut. Kann er schon. Zack. Zack. Die Kisten kann ich nicht kaputt machen. Sehr schade. So. Vielleicht mal. Pistole wieder raus hier. Ah. Da ist er doch. So. Tschüss. Der steht doch gleich wieder auf. Oder? Nö. Nö. Der will da liegen bleiben. Na gut. Dann bleibt mal liegen. Ja. Die wunderschöne Stelle. An der wir das letzte Mal krepiert sind. Da da da. Ähm. Ah. Ich habe auch die Gamma ein bisschen hochgeschraubt. Damit man wieder ein bisschen mehr sehen kann. Da. Da. Die vuessen인 06131-0131-035 allegedly weiß. Nö, 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 nö. Bevor dieser Schuss fällt, verkriegen wir uns erstmal in eine dunkle Ecke. So. Und, ja, wie gesagt, Hydra auswählen. Einmal kurz gesumt. Ah, ja, alles klar. Selber. Gibt's ja nicht. Gib mir hier einfach so eine nette Breitseite. Ah, ja, da ist der Nächste. Hoppla. Jetzt hab ich ausgesinnt. Die Waffe gewechselt. Autsch. Au. Boah. Ja, nee, ist klar, wie der, wie dieser Dreckstyp sheetet. Wie der am sheeten ist, diese Sau. Der hatte so einen Aimbot an. Okay, da ist jetzt schon mal keiner mehr. Gucken wir doch mal da hin. Genau, da oben war doch, glaube ich, noch einer. Ah, Mann. Ich will mal mit Rechtsklick. Da ist er. Zack. Hab dich. So, der Nächste. Ups. Mal kurz nachgeladen. So, wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Bom. Hab dich. So. Äh. Gut. Ja, die Potion nutze ich auch nochmal. Die müssen noch mehr sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass hier einfach nur so drei komische Typis rumlaufen. Da ist der Nächste. Bom. Okay. Auch mein Aimbot funktioniert einwandfrei. Da ist noch einer. Bam. Wo? 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 Na, da ist einer. Bom. Hab dich. So, wo ist hier noch einer? Wer sich an diese Stelle hier erinnert, das ist die Stelle von Dirt of Cerberus. Äh, nee, Dirt of Cerberus sag ich schon. Wo? Von hinten, von hinten, von hinten. Wo? Da. Ähm. Von Dirt of Cerberus. Nein. Von Advent Children. Das wollte ich sagen. Advent Children. Oh, Phönixfeder erhalten. Das ist schön. Ähm. Da, da, da wechsle ich doch einfach mal ganz kurz hier durch. Oh. Okay. Ein Kind. Ähm. Da wechsle ich nochmal hier durch die Gegenstände durch. Und nutze nochmal eben schnell die Phönixfeder. Das ist ein perfekter Moment. Immerhin haben wir hier einen Liegen. Und wechsle wieder auf Waffe Nummer 1. So, wo ist denn dieses Kind hingelaufen? Ah, da ist das Kind. Ähm. Am X drücken. Schön. Nebenbei, mein freundlicher Assistent ist meine rechte Hand. Da liegt nämlich der Controller. Zu meiner rechten. So. Ah ja. Was haben wir da? 1000 Kill. Sehr gut. Das hat sich tatsächlich gelohnt, hier mal rein zu gucken. Können wir da irgendwas? Da haben wir nix. So. Wir nehmen Sicherheit selber nochmal die... Kniffte in die Hand. Ah ja. Alles klar. Bam. Bam. Hey. Okay. Schönes Ding. Ja, ein bisschen doof finde ich dieses Vertical Sync, was man hier hat. Das setzt... Also das läuft nicht ganz so rund. Das läuft so ein bisschen in die... In so eine ganz komische Richtung. So. Potion erhalten. Super. Und da ist eine Tür, die wir irgendwie nicht öffnen können. Ähm. Habe ich hier noch eine Tür vergessen? Gucken wir mal auf die Karte hier. Aha. Hm. Bla. Wo müssen wir jetzt hier lang? Ach, da lang? Oder was? Ne, von da kamen wir doch, oder nicht? Von da kamen wir, glaube ich. Na gut, okay. Dann, ähm. Gucken wir mal, ob wir hier die Jukebox kaputt machen können. Nö. Können wir auch nicht... Ah, wo ist denn das Kind hin auf einmal? Was ist denn hier mit dieser Tür? Nix. Das Kind ist doch hier reingelaufen. Warum ist es jetzt auf einmal verschollen und verschwunden und so weiter? Das ist auch ein bisschen unheimlich hier. Ist hier wirklich nix mehr? Was ist das hier? Loveless. Sehr witzig. Loveless. Ja. Ähm. Darum ging es in... Mehr oder weniger ging es darum. In... 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 Crisis Core. Vielleicht kann ich diese Kiste hier auch einfach mal verschieben. Ne. Na gut. Dann einfach mal wieder zurück. Gucken, was ich... Was ich da jetzt getan habe draußen. So. Ach, da ist doch das Kind gewesen. Oh. Mit Soldaten. Bom. Bom. Junge, Junge. Zack, zack. So. Gewehrmunition. High Potion. Das ist schön. High Potions gefallen mir. Oh. Da war doch gerade was. Das meine ich mit... Ähm. Die Steuerung hängt ein bisschen nach. Also... Na komm. Ich wollte schon sagen. Das wollte ich mir noch nicht antun hier. So. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Das ist schade. Na gut. Dann reden wir mal mit dem Kind. Das ist schade. Ihr Haus. Ich... Ich weiß, wie ich da hinbekommen bin. Es ist durch diese Gase. Hast du den Auto? Komm schon. Ich weiß jemanden, der macht. Seid mir.